Hallo, in diesem Screencast ein kleiner Tipp. Und zwar möchte ich das Tool Squat vorstellen. Ein Screenshot-Tool in der Kommandozeile, das per Paketmanager einfach nachinstalliert werden kann. Und es gibt auch mehrere Optionen, die man sich anzeigen lassen kann, per Eingabe Squat, Leerzeichen, Minus, Minus, Help. Man kann ein Fenster auswählen und man kann die Qualität einstellen. Man kann einen Countdown starten und sich den anzeigen lassen und so weiter. Um ein Bildschirmfoto zu machen, gibt man einfach ein Squat, Leerzeichen und dann Dateiname, zum Beispiel 1.png. Ich bin im Ordner Screenshots und dort wird dann das Bild auch angezeigt. Oder man kann ein Foto von einem bestimmten Fenster machen, zum Beispiel mit der Option Minus S. Dann einfach Fenster wählen und da ist das Bild. Oder man startet einen Countdown mit Minus C, Minus D, zum Beispiel 5 Sekunden. Okay, ciao und viel Glück. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020